die johle was geht ab und willkommen zu Minecraft Captive 2 mit dem Raffo und heute zu einer kratzenden Folge so 10 Minuten heute nur hei es ist etwas spät hier ja und wir haben ja morgen wieder Schule was nehmen wir denn hier mit so 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 ich nehme jetzt nur Bogen, zwei Schwerter, eine Spitzhacke und ein paar Pfeile und ganz viel Essen mit und halt die Fälligkeit haben wir jetzt runtergeballert ja dass wir jetzt ausleuchten können da unten und wir versuchen jetzt einfach in den 10 Minuten zu viel zu schaffen wie möglich da warte ich schon einer vor der Tür okay ich arbeite mir schon mal nach unten weil heute wollen jo direkten Kack Creeper äh hallo ja und mir hat's weggefetzt hier oben hehehe weiss ey kack Creeper ohne Witz läuft bei dir oder das Pfeile Creeper so ich wollte am Arsch ach Yolo ich nehme jetzt einfach alles von ähm wir brauchen Fackeln ja ja das brauchen wir so Aua Achtung scheiße haben wir einen Eimer dabei alter 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 diese scheiß Creeper ja der Sniper hat da unten gleich direkt hier Worte so ja wir machen hier gleich mal weiter ha 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 okay alles ausgeleuchtet direkt weiter wir haben ihn drüber gefunden wir haben ihn drüber gefunden sieben Gold Nuggets und ein bisschen ey Junge ha ha Alter oh 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 hallo Herr Skeletto Creeper nein uh scheiß Giftspinn scheiß verkackten Giftspinn Hooligans sind alle da und so wir brauchen noch mehr Fackeln ach du wieviel verkackte Endermänner ja siehst du die siehst du die alter alter ich geh daun ja den Enderman muss er auch gleich mal beseitigen hier das geht gar nicht so Enderman weg ok ok jetzt haben wir alter du musst hier schon zubauen alter 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 komm mir einfach so eine scheiß Giftspende mir entgegen ok ok Achtung noch einer perfekt ok weiter runter einfach mal alles Holz wo ich hab dann mal mitnehmen so Kohle ist auch ganz gut ja wir wollen halt jetzt Dias farmen und das ist wieviel verkackte Creeper sind da das sind die Pfeile die Pfeile so 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 ich kraft mal neue so 50 Fackeln so jetzt müssen wir langsam wirklich mal aufpassen was hier passiert ja hier bin ich mal ein loch runter geflogen nein lieber nicht ich habe keine waffe am hoch hier sind noch noch nicht so ach du scheiße hier spawnt ja nix und ja in der letzten folge sind wir extra nach oben gegangen und jetzt gehen wir dieses scheiß dungeon alles ausgeleuchtet sagen die märkte nach unten im märzlech noch kurz hier von dem bogen irgendwann räumen wir hier alles auf dann sieht man nichts mehr was die map war auch keine pfeile mehr kommen hier runter okay so für sowas habe ich in der letzten folge schon gesehen wir können dann scheren mit der schere dings abbauen von hier von der seite ist es eine relativ schön lücke warte hier scheiß gelettet ich wusste es geht es geht und creeper in der ecke hatte der chillt sein leben achtung decke ich wusste es so heftig dass er in der luft geht haben es bauer gefunden dank dem creeper scheiß strömung hoch hoch so hier muss irgendwo noch ein spanner sein ich habe noch mit drei suppen also ich habe noch mehr suchen also ich habe noch proviant für zehn jahre ich habe eine kette kettenpush haben wir slime ich habe eine kettenpush mit dorn 1 habe auch eine kiste das hast du drin so äpfel und so ja okay so ich bagge ich bagge dein ernst ja die habe ich schon gefunden mich packt einfach okay überall einfach mal fackeln hinsetzen dann dürfte die geschichte schon laufen hier sollte auch irgendwo dann noch das endportal sein wir nicht richtig sehe hier aber was ist das für ein alter was ich das für ein datenischen hier selber entwickelt oder so hier dürfte ja eigentlich alles sicher sein dann hätte ich mal sagen sie hier mal so durch weiter runter oder das sagen wir schlösser so spielzack ist auch kaputt auch hier weiter runter die letzten zwei minuten ja leider jetzt was noch mehr wasser wir können uns hier nicht runter bauen warte mal so ich wusste ich es doch sah hier so aus man ja ja scheiß wasser das steigt das zuckerrohr gut ja da habe ich schon vorher hier ist es vor der hessischen spanner eine feine milliarden prozent der stanz von euch eine milliarden prozent keine milliarden prozent eine milliarden prozent alter immer so erlängelt locken hier ja ja irgendwo hier ist müsste ein spanner sein ey schalt das wasser aus hä woher kommt das oder nein das ist wow da ist nicht ruhe money 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 ich will auch wir müssen sofort runter los ey leute rettungsmission scheiß auf alles steinschwert so alter ich hoffe keine sachen wurde in die luft gejagt ich hoffe es alter einfach der creeper und so viel zombies wtf wir können jetzt aber chillig runtergehen das ist schon mal positiv ja außer ich werde schon spinnen ja aber die sind glaube ich außerhalb der voltboller alter junge junge wie viel fackeln du einfach platziert hast ja wenn man es kann dann kann man es ok darunter schnell 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 damit sein immer es sind es leben noch viele sachen aber dieses scheiß skelette ich bin da nein bist du nicht scheiße ich komme sofort wieder runter wir müssen unsere sachen wieder bekommen denn wir sonst haben verkackt ich würde mal sagen ja da waren schon ein paar wichtige sachen drunter ja diese scheiß skelette ohne witz scheiße man so 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 ja bin tot nein alter sind eine milliarden skelette eine milliarden zombies und du verlangst von mir dass ich die sachen da auch neben draus hol ja gut ich glaube ich bin so viele mobs habe noch nie auf einer normalen map gesehen aber was mir aufgefallen ist das ist keine normale map das ist eine psycho map alter so viele scheiß action wie es hier gibt ohne witz fast hätte ich es geschafft fast alter 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 und so verkackt man dann halt auch viele items ich habe jetzt keine waffen nix auch nicht okay jetzt eisenschwert ausrüsten schaffst du ja 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 ich bin gerade gut schnell blöcke zum einbauen ich lebe ich lebe ich lebe und ich bin tot ich lebe ich habe alle sachen alle ich habe so gut wie alle meine sachen habe ich schon mal nur deine ich habe slimy gold nuggets jetzt frisse ich erstmal kekse ich sehe nicht wie du metzelst Leute die Folge wird doch länger freut euch das muss jetzt einfach sein halt ich bin down ne vor allem das ich mache jetzt hier auf und jetzt soll hier weiter so rege bitte es hört sich schon weniger an ja ok du lebst fackeln 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 ja hier waren es eure scheiß ich habe erde gefunden was erde scheiß verkackte erde ja alter junge 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 alle down nein noch lang nicht ähm nein ich knall dir hier so ein bisschen ab mit dem Bogen sorry da hinten mach mit dem Bogen alle komm schon komm schon alter ha wie viel sachen hast du komm mal zu mir ich gebe dir mal deine Sachen in den Tatsch voll hinter dir oh noch ein verkackter Mini-Zombie scheiße ich komme so schnell wie möglich dann gibst du mir deine Sachen und dann beenden wir die Folge ja alter und dann gibt es Action in der nächsten Folge weiter alter ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot wie viel kommen da da ist ein scheiß verkackter Spawner hab mir reingespawn hast du eine Fackeln mit hast du Fackeln ich habe 25 Fackeln ja ich nehme mal dort Fackeln mit wo man es nicht so unbedingt braucht Alter und dann bau ich mal hier da unten ein paar schnell zu und dann bänden wir die Folge ja oh komm schnell zu mir dir legt noch ein Eisenschwert komm 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 ok hier alter hä ist du aber leck ne alter bin ich verstaunt gewesen warte hier hast du die Sachen so ich würde sagen in der nächsten Folge ich habe ein paar Sachen aber nicht gerade viele ich habe noch viele Warte ok das machen wir in der nächsten Runde also in der nächsten Folge also ja das ja 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 schon schon gut aus aber wir sind jetzt alles ich würde sagen lass nicht die Bewertung her wenn es euch gefallen hat also haut rein bis nächstes Mal tschau tschau tschau